Der Eingang des Thaimautsie Kirchen befindet sich direkt neben dem ehemaligen Lagerhaus, mittlerweile die Kleidersammelstelle der Gemeinde. Wenn man durch die Tür kommt, hat man sofort einen Blick auf den Tischtennistisch. Der Billardtisch dahinter wird gerade aufgestellt. Der Laptop dient als Musikanlage. Durch die Vorhänge kann man den Raum zudem auch praktisch teilen. Zusätzlich gibt es auch einen Tischfußballtisch. Die gemütliche Couch mit Fernseher und Playstation darf natürlich auch nicht fehlen. Auf dem Esstisch befindet sich eine zusätzliche Musikbox. In der Küche können die Jugendlichen gemeinsam kochen oder sich einfach etwas zu trinken holen. Eine weitere Sitzecke lädt zu Brett- und Gesellschaftsspielen ein. Die Auswahl ist dabei groß. Die Betreuer des Thaimautsie Kirchen sind Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sowie einen Samstag im Monat von 15 bis 20 Uhr für die Jugendlichen da. Wasasant Der Laptop Was nessa Story Was wieder